Das traditionelle Drachenfest stand beim QJC Powersport Center in Brühl bei Mannheim am Wochenende vom 6. und 7. April 2019 an. Und wer Jürgen Fleick, den Boss von QJC, kennt, der erwartete neben den aktuellen Modellen von Kennem, Kymco, TGB und Yamaha vor allem eins. Spektakuläre Umbauten. Die zeigte das QJC-Team denn auch in Form einer mächtig tiefen Kennem Outlander 1000 sowie eines Maverick X3 XRS der Extraklasse. Mit breiten Niederquerschnittreifen ist der Spaßmacher für den ausschließlichen Betrieb auf der Straße ausgelegt. Sein Turbotriebwerk ist auf 200 PS getunt, sodass sich damit mördermäßig Kurvenräubern lässt. Hallo, ich bin der Jürgen Fleick von QJC Powersport Center. Wir haben dieses Drachenfest dieses Jahr als Saisonstart genommen und vor allem für die Einführung von dem neuen Kennem Riker, aber sowie auch Umbauten von QJC X Performance. Neben den Fahrzeugen und Umbauten stand freilich das gemütliche Beisammensein im Vordergrund. Dazu gab es Leckeres vom Grill. Zu den Highlights auf dem Drachenfest 2019 zählte auch die Präsentation der neuen Dreiradbaureihe von Kennem. Riker 600 und 900 kamen richtig gut an, zumal die Mitglieder des befreundeten Spider-Clubs Probefahrten damit anboten.